Patrizia mit ihrer 13 Kinder. Na, 11 sind sie. 11 Kinder mit den 2. Das ist die Mama. Das ist die Mama. Das ist der Leon. Die Raffaela. Renox. Anita. Bettina. René. Schnell ist die Raffaela. Die hat dich fast überholt. Larissa. Die Lea. Und der Elvis. Die Pferde lernen, wenn du nicht schon schaust. Wenn die mit einem Hund daherkommen. Na und. Das heißt, na und. Das ist die Mischung. Das ist die Mischung. Das ist die Mischung. Das ist diese Mischung. Das ist die Chemung.